Let's go, hauen wir sie rum. Oh, sehr gut. Das wird wahrscheinlich auch ein Rätsel sein. Ja, mit dem Treffen ist ein bisschen arsch. Na gut, das kann jetzt was werden. So wird das nix. So wird das aber nix. Ich hoffe, das bleibt zu lang. Ja. Perfekt. Perfekt, Digi. So geht's auch. Jetzt kann ich das Rätsel wieder hoffen, gell. Jawohl, jawohl. Jetzt kann ich das Rätsel wieder hoffen. Super. Passt nämlich mal lieber den Strahl da wieder her. Man kann ja nie wissen. Uuuu. Jetzt zeig mal her, was haben wir da wieder Schönes? Wichtig und richtig. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Ekel wieder so die einen oder anderen Gegner herkommt, die was mehr in die Fresse haben wollen? Dezent, richtiges Gefühl. Okay, jetzt bin ich wieder gespannt. Jetzt kann wieder was werden. Erstens einmal den Hauber einmal. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Hm. Ich wollte gerade sagen, wir könnten es sich theoretisch vielleicht sogar einfacher machen. Ich muss einmal schauen, wie das. Wahrscheinlich darf er nur so gerade raus und tschüss Baba wahrscheinlich, gell. Na ja, so ungefähr. Ich muss kurz aufladen gehen. Geht doch. Passt zwar irgendwie vom Winkel her überhaupt nicht überein, aber... Wir haben es. Wir haben es. Passt zwar überhaupt nicht überein, aber ist okay. Ist cool. Ist schon. Ja, guck, 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 guck. Ui, schon wieder was Neues. Ui, 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 ui. Bam, 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 bam. Muss ich mal kurz überprüfen, wo wer ist. Ah, okay. Einmal einen Halbstock mal wieder. Auspassen. Oh, ist aber schnell mehr gegangen. Der Hauberer. Das ist so ein Kandidat. Na, warte mal. Oh ja, war mein Lasersteuerer. Wenn der Teppert ist. Uuuu, der würde nicht mehr mehr gehen. Der Lustige, Alter. Bis Teppert. Er würde nicht mehr mehr gehen. Oh nein, ich ziehe nicht mehr. Nicht mehr Marsch. Nicht mehr Marsch. Eieieiei. Eieieiei. Geben, 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 geben. Mhm, mhm, mhm. Ich tanze wollte nicht einmal mehr gehen, Alter. Bis Teppert. Gehen die, gehen die. Hier. Oh, das kann ich nicht mehr machen. Wenn der Scheiß da kaputt geht. Super. Wenn der Scheiß da kaputt geht. So. Achso. Ihr seid da ganz, ganz schimmig in dem Fall. Ihr seid die gemütlichsten von allen. Hahaha. Urschö im Eier gegangen. Urschö. Die denken sich so, ja, ich bin safe. Geht weg. Sicher, sicher. Man gönnt sich. Schauen wir mal. Nur einmal, nur kurz, damit wir den Speicherpunkt haben. Ganz, ganz wichtig. Passt. Das ist mir mal wichtig. Und dann schauen wir sich immer wieder ein bisschen weiter um. Schaut aber auch wieder faszinierend aus dem Bereich. Packen wir. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar irgendetwas Bestimmtes finden. Vielleicht, dass wir auch ein kleines Level haben. Ab da hier ein Quint. Das würde echt, echt geil werden. Das wäre echt, echt geil. Kleines Upgrade. Ja, genau. Genau, genau, genau. Da werden wir wahrscheinlich wieder gegen so eine riesen Schlange kämpfen. Safe, 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 safe. 100%. 100%. Passt. Jetzt muss ich nur mal den Startbereich finden. Wo ich die Schlange wieder herausfordern darf. Ah, eh, eh, eh. Aufpassen. Aufpassen. Okay. Ist dabei nur die Klane. Ist dabei nur die Klane. Ich hätte es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Okay. Drei von denen. Aufpassen, aufpassen wie ich. Das kann gefährlich werden. Das kann sehr, sehr gefährlich werden. Passt. Arschlangen habe ich jedenfalls zumindest. Zweite. Das ist mit der da hinten. Dahinter ist auch schon wieder die nächste. Also ist eh easy, 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 easy. Du kommst da noch da her und kommst der Balle. Ich glaube dann habe ich es. Oder gibt es noch eine? Ah, perfekt. Ah, perfekt. Haha, sehr gut. Sehr gut. Ich hätte mir aber trotzdem erwartet, dass wieder die Riesenschlange kommt. Die habe ich richtig stark gefeiert. Die war auch ein bisschen sehr herausfordernd, muss ich sagen. Die hat mir richtig gedacht. Dagegen muss ich eigentlich schon fast sagen, dass damals die erste Schlange relativ schwer war. Ich müsste sagen. Aber jetzt halt easy, Alter. Jetzt kommen wir sogar mit vier, fünf Schlangen gleichzeitig aus. So wie auch interessant. So, das ist ein fetter Unterschied. Das ist schon vorher und nachher. Jetzt muss ich wieder städeln gehen. Jetzt muss ich wieder schauen gehen. Das ist ein Wahnsinn. Mann, gönnt sich Junge. Mann, gönnt sich. Uiuiuiuiuiui. So, das machen wir auch noch. Richtig und richtig. Dann machen wir das ja auch mal. Dann können wir sich gleich mal die eine Nebenwäsche. Dann machen wir ja das im Stuhl. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, mal wieder auf köstlich schmöchtlich. Aber wir haben sich da jetzt mal ganz kurz dann rum. Hier sollen wir sie auch noch. Das eine Ding will wir auch noch da holen. Richtig. Und dann machen wir die Nebenwäsche. Und dann machen wir diese Sub extra Upgrade. Fünf Stück haben wir. Oh, ich bin gespannt. Fünf Upgrade-Dinger. Das kann was werden. Da seh ich mich schon drin. Da seh ich mich schon drin. Da seh ich ein bissel da was machen kann. Da, 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 da. Die versteckte Sex. Eine Gruppe der gefährlichsten Marken von... Oh, shit. Oh, fuck. Ich glaube, wir sind am Arsch. Ich glaube, ich muss das Upgrade jetzt schon starten. Ich habe das Gefühl. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob das jetzt nur rot ist. Ich habe so das Gefühl, dass es wirklich rot ist. Ganz, ganz komisches Gefühl dabei. Nur du? Jetzt ist es nur du bist es in Ordnung. Okay, ich wechsle mal auf Grün. In dem Fall. Ich glaube aber Grün ist D in dem Fall. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass der wirklich jetzt extrem heftig ist. Kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Oh. Oh. Okay. 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 In der Hinsicht. Ja. Boah. Der hat einfach nur quasi seinen sogenannten Wirkbereich. Wenn du in seinem Wirkbereich bist, bist du quasi so gefühlt ins dein Tod. Das ist wieder was anderes. Das ist dann in dem Fall wieder was anderes. Hätte ich jetzt einmal gesagt. Da kennt die ja noch. So eine, gell. Wenn ich das jetzt nicht tun muss. Da kann ich eh auf das Blaue verwenden. Auf Easy. Das Blaue kann ich eh auf entspannten Hasen verwenden. Überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Okay. Da kommen dann auch noch ein paar extra Gegner dazu. Boah. Das geht aber schnell. Boah. Das geht aber schnell. Der eine Angriff. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Wenn die da ihren depperten Laserstreiter auch noch mocken. Havara! Oh. Hi. Machen wir kurz mal den hier. Ah, du bist f***. Tschüss, deppertz. Tschüss, du deppertz. Das ist echt lustig, der Havara. Das Einzige, was mich stört, ist seine Spezialfähigkeit. Seine Spezialfähigkeit f***t mich. Aber sonst ist er gar nicht so schlimm. Und natürlich, dass der Große dabei ist. Der Große stört mich ins Geheim. Der Große stört mich ins Geheim. Oh, Alter. Er ist mir echt nicht wurscht mit der Fähigkeit. Ich kann das noch nicht so gescheit einschätzen, wann er das macht. Das Gute ist wenigstens, ich bewege mich immer. Das Gute ist, ich bewege mich immer wieder so, dass mich der Große dann wieder nicht attackieren kann. Das ist das einzige Gute an dem einen Angriff. Das ist das einzige Gute an dem einen Angriff. hinzuführen. Ihr ist z.B. Da bist du instant tot. Du bist instant tot, das ist abnormal. Zwei. Da sind zwei große. Mega. Ah, jetzt zum Beispiel wieder hängen geblieben, da bin ich hin, wenn du einmal hängen bleibst bis den Arsch daheim. Okay, das ist mir echt nicht wurscht, den hole ich mir dann später, wenn ich ein bisschen stärker bin. Den musst du definitiv dann ein bisschen besiegen, wenn du die ganzen epischen Sachen, also legendären Sachen hast. Der hat es draufgehabt, der Havara, bist du deppert? Passt, hast du dann schon ein bisschen deppert rein? Passt, was gönnen wir sich denn jetzt einmal als erstes? Machen wir gleich das? Ja fix, machen wir gleich das, machen wir gleich das, haben wir das auch wenigstens gleich hinter uns, das gönnen wir sich auch gleich als nächstes, ich glaube bei dem bauen wir dann eh auch wieder so zwei Stück. Den Wirbler benutze ich relativ gern ab und zu muss ich sagen. Wirbler benutze ich schon relativ gern, aber da würde ich dann doch lieber investieren in das Grüne. Ja, würde ich viel, viel lieber in das Grüne investieren. Scheiße ist uns drauf, passt, lassen wir das in dem Fall. Lassen wir das in dem Fall so, wir müssen da sowieso noch um einiges stärker werden. Wir haben noch nicht einmal irgendwie ansatzweise was legendäres, also dementsprechend scheiße jetzt einmal auf dem Moment jetzt einmal, wenn ich jetzt einmal kurz gesagt habe, scheiße jetzt einmal drauf. Aber ich bin gespannt. Beziehungsweise das ist eher so ein, ich habe die Story schon durchgespielt und kann neues Spiel plus spielen. Ding ist das glaube ich eher. Oder so ein, ich war schon beim Finale und kann jetzt tun und machen was ich will, Ding. So ein Ding ist das glaube ich. Das ist aber nicht so tragisch finde ich, der Gegner, das einzige gefährliche ist halt einfach sein, das ist eine Fähigkeit, das ist ein Wahnsinn, das ist echt ein Wahnsinn die eine Fähigkeit von ihm. Die wollen nicht unbedingt, dass ich im Wasser lande, die wollen das ja unbedingt. Was ist da los? Auf Schnell, Schnell oder? Nein, auf Schnell, Schnell muss ich nicht, das ist leidend. Das denkt man. Kann ich mir wenigstens ein bisschen Zeit lassen mit dem Finden. Einmal blauer, einmal grün brauchen wir noch. Nein, wer weiß, wer weiß. Die haben da schon so einiges gut versteckt. Die haben schon so einiges relativ gut versteckt. Das ist für mich nichts Neues. Das ist für mich nichts Neues. Das ist ein Wahnsinn, oder? Pass, die geht schon, tschau. Kuss und Liebe. Schön, dass du da warst. Ich muss jetzt ein bisschen schauen. Irgendwo werden schon die anderen Sachen sein. Und dann da ganz oben das Grüne. Das war so klar. Das war so klar. Das ist das passiert. Einmal. So, jetzt muss ich auch noch unten auf den Scheißdruck. Wie schaut es da aus? Einmal so eine kleine Runde. Okay, da ist aber auch nichts. Da hätten wir mal wieder was. Okay, das ist aber ein bisschen sehr weit drüben. Hauberer. Aber na gut. Da muss ich mal so einreden. Mal schauen. Die anderen zwei. Nicht einmal ansatzweise. Nicht einmal ansatzweise, dass du siehst. Hm. Oh. Oh. Okay. Ähm. Ich sag nicht. Richtig schön mehr gegangen. Richtig schön mehr gegangen. Richtig schön mehr gegangen. Ah Wahnsinn. Göndi. 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 Irgendwann wird das schon das blau sein. Oh. Perfekt. Göndi. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir da drüben wieder haben. Also ja. Wieder wechseln. Immer wieder zu dem oder zu dem oder zu dem. Ein Wahnsinn. Und? Hm. Hm. Oh. Aber wieder leider noch legendär. Schade. Echt. Echt. Echt schade. Also episch. Ich warte schon auf legendär. Ich warte nämlich schon langsam auf legendär. Es muss langsam kommen. Muss langsam kommen legendär. Unbedingt. Unbedingt. Viele Motivation. Beziehungsweise jetzt wo wir auch der sogenannte Auserwählte sind. Muss dann auch in dem Fall auch wieder was geboten werden. Finde ich jetzt zumindest. Jetzt bin ich aber wieder gespannt. Zeig hier. Jetzt muss ich wieder riechseln. Cool. Cool. Aha. Oh. Was. Einmal. Zwei mal. So geht's auch. Muss ich aber trotzdem schauen. Das ist nur so ein ganz Fleckerl ganzer Laude wie. Oh. Muss ich aber auch wieder schauen, dass ich da wieder raufkomme. Das geht's mir. Welcher voll Idiot hat denn da das. Den Scheißdruck hast du so gemacht, dass ich da nicht durchkomme. Hä? Wer ist denn der Befehlshabende? Könnt ihr gern wir? Nehm dir leicht nur. Na super. Hätte ich so irgendeiner geglaubt oder ich hab's abzureib gemacht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Auf genau auf das hab ich gewartet. Genau sowas hab ich gewartet. Yes, Digi. Des motiviert mich wieder. Des motiviert. Des motiviert. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Des motiviert, wenn ich sowas tue. Als erstes immer beschweren und dann kriegen. So läuft das Game. So läuft das. Erster muss man sich beschweren. Bin gespannt. Oh, Schmiede. Oh, zeig her. Jetzt bin ich aber gespannt. Tue das auch nicht da verbessern. Wo ist denn das? Was haben wir da genau? Rüstung und Schild. Ha. Was haben wir da vor? Rüstung, Raserei und alle magische Kräfte. Ja, magische Kräfte wär schon sexy. Aber lass dich jetzt mal so stehen und gönn dir mal. Würde mal sagen, gönn dir mal. Mhm. Mhm. Wichtig und richtig. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, hau alles raus, wo es geht. Hau, hau alles raus, wo es geht. Perfekt. Habt ihr euch ein Trophäe wieder mal wieder am Start. Perfekt. Sehr gut. Ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz so drüber. Ob da noch vielleicht sogar irgendwas sein könnte. Zufälligerweise. Vielleicht gibt es auch wieder was Legendäres. Das wäre jetzt. Boah, boah, bin ich schon wieder sehr, sehr geil. Boah. Was wir da schon langsam darauf hinarbeiten können, dass alles legendär wird. Mhm. Und mit so einer fetten Rüstung und alles drum und dran bin ich echt gespannt. Ja. Eiii. Vielleicht was zu zerlegen. Ja. Ja, wir haben da eher ein bisschen was gekriegt gehabt. Da könnte man ein bisschen da was zerlegen. Da, da. Da könnte man schon ein bisschen was machen. Eigentlich im Prinzip. Weil das ein oder andere Takt mir erinnert. Das könnte man weggeben. Das. Da sind wir wenigstens schon auf den 90. Ja, aber genau. Genau das Grüne. Genau das Grüne mal wieder. Ja, das kann ich auch noch weggeben. Das interessiert mich auch noch nicht mehr. Mhm. 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 Da sind wir wenigstens jetzt. Da sind wir wenigstens so über die 200. So, jetzt gönn dir. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Also, muss ich erstellen. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. Tja, dann haben wir das wenigstens erledigt. Wichtig und richtig. Und ich hakele da die ganze Zeit neben mir. Ich geh jetzt einmal mit Absicht jetzt einmal links. Also, ich komm wahrscheinlich eh überall. Dorthin, wo ich möchte. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ich werd mich aber da trotzdem noch ein bisschen durchstierlen. Da wird's fix noch die eine oder andere Kiste geben. Mhm. Das war eh so klar. Das war eh so klar. Jetzt, kann man so viel Geld wieder ausgeben. Irgendwie muss ich das jetzt wieder einspülen. Mhm. Irgendwie muss ich das ja wieder ins Plus reinquirlen, oder? Ja, ja. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Ich hab ab und zu dieses Gefühl, wenn ich das nicht mach. Dass er das dann nicht akzeptiert, dass ich da so eine Teleportationsstelle hab. Eigentlich so irgendwie so das Gefühl. Mach jetzt auch noch Sicherheitshalber da meine Runde. Kistemäßig. Oder den Hauberer da. Wenn ich ihn triff. Steeple. Hauberer. Mhm. Jetzt hab ich mir schon gedacht. Jetzt hab ich mir schon gedacht, dass der immer wieder den gleichen Weg nehmen wird. Was? Triff sich dann auch wieder relativ gut. Da gönnt man sich auch ein bisschen was. Schauen wir mal. Oh, jomei. Sehr gut. Zeig her. Wir haben da definitiv ein paar Sachen am Start. Was ich mir noch nicht einmal angeschaut hab. Ich hab mir so einiges nicht angeschaut. Super. Es schaut schon wieder geil aus. Es schaut schon wieder episch aus. Ich bin eh gespannt mit dem ganzen Wasser und alles drum und dran. Ich hab auch ein bisschen so das Gefühl, dass das blaue Element dann wieder ein bisschen wichtiger sein wird für den letzten Arc. Oder für den vorletzten großen Arc. Sagen wir es mal so. Weil jetzt geht es dann richtig rund. Wo haben wir denn da überhaupt unsere Plattform, wo wir schießen müssen? H przpwoaaahhhh So ein bisschen hoher hat so kann ich nicht einmal durchgehen. Okay got ich bisslurosch sein. Ich warte mal lieber ganz kurz, ist glaube ich besser. Ja, wenn er es akzeptieren würde, aber geschafft hätte ich es, definitiv, so ein Scheißdrick. Ich glaube das wäre jetzt langsam. Obwohl, es wäre aber lustig. Es wäre jetzt aber lustig, wenn es jetzt doch vor meiner Fresse aufgehangen würde. Das wäre geil, das wäre voll geil. Lauf, lauf, lauf. Ja, gönn dir, gönn dir. Ja, mei. Immer diese scheißgeilen Mini-Dinger da, ist ein Wahnsinn, Alter. So ein Scheißdrick, so ein Scheiß. Aber habt ihr euch wieder einmal geschafft. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Habt ihr euch wieder einmal geschafft. Passt? Ich würde sagen, wir sind bereit. Let's go. Mal schauen, was wir da noch so alles finden. Ein bisschen Geld gehört dazu. Das, 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 das. Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen, weißt du? Jetzt bin ich langsam auf den Geschmack legendär gekommen. Jetzt muss ich mir aber leider gönnen. Jetzt muss ich mir aber leider gönnen. Jetzt muss ich mir aber leider gönnen. Oh, dann geht es doch immer nicht gut. Er ist doch immer voll abgesoffen. Die Reisfe. Ähm.